MrBeast selbst hat vor kurzem seine kompletten YouTube-Einnahmen geleakt und bei den Summen kann einem wirklich schwindelig werden. Dass man auf YouTube mittlerweile sehr viel Geld verdienen kann, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Aber wie viel der größte und erfolgreichste YouTuber der Welt mit seinen Videos verdient, ist wirklich schwer vorzustellen. Doch nicht nur über das Geld, das MrBeast durch seine Videos einnimmt, werden wir heute sprechen, sondern auch wofür er sein Geld wieder ausgibt. MrBeast ist mit über 150 Millionen Abonnenten der mit Abstand größte und erfolgreichste YouTuber der Welt. Seine Videos erreichen alle mindestens 100 Millionen Views und die meisten sogar noch deutlich mehr. Durch seine Aufrufe auf seine Videos erhält er durch Werbeeinnahmen Geld von YouTube, welches immer nur geschätzt werden konnte, da nicht jeder YouTuber gleich viel für seine Klicks bekommt. MrBeast hat auf seinem Hauptkanal aktuell über eine Milliarde Views jeden Monat und was dabei für eine Summe Geld rausspringt, erfahrt ihr heute. Der YouTuber Graham Stephen hatte die Möglichkeit, ein Interview mit MrBeast zu führen und einen Einblick in sein Leben und eben auch seine Finanzen zu bekommen. In diesem Video erzählt MrBeast, dass er schon seit elf Jahren YouTube-Videos dreht und seitdem jede freie Minute in seinem Leben damit verbracht hat, seine Videos zu verbessern, indem er sich neue Video-Ideen ausgedacht hat. Ebenso spricht er sogar davon, dass er traurig und depressiv wird, wenn er nicht bei der Arbeit ist. Das zeigt auch sein Schlafzimmer, das sich in seinem Firmengebäude befindet, denn er fährt nicht wie jede andere Nacht der Arbeit in sein richtiges Zuhause, damit er vor Ort noch effizienter arbeiten kann. Deswegen befindet sich in seinem Zimmer auch nur ein Bett, ein Schreibtisch, eine Handelbank und ein Badezimmerbereich. Und ein normaler Tag ist bei MrBeast auch nicht wirklich normal. Denn MrBeast erzählt, dass er die meiste Zeit eigentlich nur unterwegs sei, um seine außergewöhnlichen Videos zu drehen und dabei auf der ganzen Welt verteilt ist. Wenn er dann mal wieder vor Ort ist, kümmert er sich einen Tag lang beispielsweise nur um die Videos für seinen Reaction-Kanal, dann am nächsten Tag nur Videos für seinen Gaming-Kanal und an einem anderen Tag sammelt er Video-Ideen für den Hauptkanal. Und wieder an einem anderen Tag kümmert er sich um seine ganzen anderen Businesses wie Feastables und Beast-Burgers. Sein Privatleben quetscht er einfach irgendwie dazwischen rein, wie es ihm gerade passt. Ebenfalls sagt er, dass er keinen Tag im Jahr wirklich frei hat, da er sich nicht an normale Zeitpläne halten kann und eine Tagesroutine ihn mehr durcheinander bringt, als dass sie irgendetwas hilft. Da er lieber arbeitet, wenn er die nötige Kraft hat, als wenn es ihm irgendein Terminkalender sagt. Dabei betont er auch immer, dass es ihm nicht wichtig ist, ein großes Haus mit Anwesen oder einen teuren Lamborghini zu besitzen, da er sowieso seine ganze Zeit und Geld in seinen YouTube-Kanal steckt und er solche Sachen als unnötig empfindet. Mit seiner aktuellen Freundin führt er deswegen auch eine Fernbeziehung, da diese in Südafrika lebt und sie sich nur selten sehen können. Das klingt nach wirklich viel Zeit, die er für seine Arbeit aufbringt, aber diese scheint auch nötig zu sein. Denn ein Hauptkanal-Video, wie zum Beispiel der 100-millionste Abonnent bekommt eine Insel, hat insgesamt 1700 Stunden in Anspruch genommen. Solche Projekte sind aber natürlich nicht alleine stemmbar, weshalb MrBeast mittlerweile an die 200 Angestellten hat, welche ihm beim Drehen und Videos schneiden helfen. Das liegt aber auch an seinem Perfektionismus, wie ein Cutter von ihm bestätigte. Aber nicht alles dreht sich nur um seinen YouTube-Kanal, denn MrBeast hat direkt mehrere Einkommensquellen, welche unglaublich hohe Summen abwerfen. Dazu gehören unter anderem auch seine eigene Burger-Kette Beast Burgers, sein Snack-Unternehmen Feastables, ein ganzes Unternehmen, das YouTube-Kanäle für andere Sprachen zugänglich macht, das auch seinen eigenen spanischen YouTube-Kanal führt. Des Weiteren kommt der Gaming- und der Reaction-Kanal dazu und natürlich sein großer Hauptkanal. Er verkauft außerdem noch seinen eigenen Merch- und Handy-Apps. Man kann sich also denken, dass sehr viel Geld dabei rumkommt, wobei er sein Burger-Business als sehr lukrativ betitelt, da es etwas ist, was die Leute immer wieder kaufen können, im Gegensatz zu Merch, den man einmal kauft und immer wieder benutzt. Die letzte Angabe, die MrBeast dazu macht, ist, dass Beast Burgers im Juli 2022 die 100 Millionen Dollar Umsatz geknackt hat. Diese Zahl aber inzwischen schon deutlich höher ausfällt. Aber das ist natürlich nicht die höchste Einnahmequelle, denn in den meisten MrBeast-Videos sind auch bezahlte Kooperationen enthalten, welche natürlich auch der hohen Reichweite geschuldet extrem gut bezahlt werden. Folglich springen mindestens 3 Millionen Dollar pro Video allein durch bezahlte Werbung für ihn raus, was bei bestimmten Videos wie dem Squid Game Video, welches über 400 Millionen Aufrufe hat, auch noch deutlich höher ausfallen kann. Und dabei darf man natürlich auch nicht die YouTube-Werbeeinnahmen vergessen, welche MrBeast im Interview ebenfalls gezeigt hat. So hat MrBeast in einem Monat mit seinem französischsprachigen Channel mit über 25 Millionen Views 63.000 Dollar verdient. Und dieser Kanal gehört zu den kleinsten, die er besitzt, denn sein spanischer Kanal mit über 24 Millionen Abonnenten wirft in einem Monat mit 157 Millionen Views 96.000 Dollar ab. Hierbei spielt der CPM eine sehr wichtige Rolle, denn sein englischsprachiger Kanal wird pro Aufruf nochmal deutlich höher bezahlt als andere sprachige Videos. Wenn man sich also jetzt mal alle Klicks von seinen englischsprachigen Kanälen sich anschaut, hat man zum einen seinen Hauptkanal mit 1,1 Milliarden Views, seinen Gaming-Kanal mit 53 Millionen Views und seinen Reaction-Kanal mit 231 Millionen Views im Monat. Wenn man das jetzt mal alles zusammen erzählt, erhält man eine Summe von knapp 1,4 Milliarden Views im Monat. 1,4 Milliarden Views. Der durchschnittliche CPM, also das Geld, welches man für 1.000 Aufrufe bekommt, beträgt nach Angaben von MrBeast selbst 10 Dollar. So, es ist ca. 10 Dollar RPM? Das ist praktisch genau das, was es ist. Okay, das ist eigentlich nicht. Was insgesamt eine monatliche Gesamtsumme von 14 Millionen Dollar allein durch seine englischsprachigen YouTube-Kanäle ausmacht. Das sind wiederum 466.000 Dollar pro Tag, 20.000 Dollar pro Stunde und 325 Dollar pro Minute. Wenn man also alle Einnahmequellen zusammenzählt, bekommt man eine wirklich stolze Summe raus, die MrBeast locker zu einem Multimillionär machen. Doch das gesamte Geld geht natürlich nicht einfach in seine eigene Tasche. Denn nicht viel weniger hoch wie die Einnahmen sind auch die Ausgaben von MrBeast, wie man sich bei seinen Videos natürlich denken kann. So steckt er nach eigener Aussage mehrere hunderttausend Dollar jeden Monat in seinen Gaming-Channel, ebenso mehrere hunderttausend in seinen Reaction-Channel, wohingegen sein Main-Channel ihn pro Monat einfach 3 bis 4 Millionen Dollar kostet. Sein Burger- und Snack-Business schlagen mit jeweils 1 Million Dollar ca. zu Buche, was einen immensen hohen Kostenfaktor ausmacht. Ebenso hat er auch eine eigene Spendenorganisation namens Beast Philanthropy, für die er auch einiges an Geld an bedürftige Personen spendet. Nach eigener Aussage gibt er ca. 200.000 Dollar pro Tag aus, was eine Summe von 6 Millionen Dollar pro Monat macht. Man sieht also, dass MrBeast sehr viel Geld mit YouTube verdient, es aber auch sinnvoll wieder ausgibt und darauf bedacht ist, immer besseren Content und noch größere Projekte durchzuziehen. Aber sind wir auch mal ehrlich, jemand, der so vielen Menschen auf der Welt hilft und ein Lächeln ins Gesicht zaubert, hat auch jeden Cent von seinem Vermögen verdient.